Der Redakteur liest die Würfel irgendwie anders, wahrscheinlich alchemistisch. Er fügt auf jeden Fall die Schafe dazu und erhöht die Zahl der Würfel auf 10. Klar. Die Mathematikstudenten machen ein Würfelspiel. Sie ergänzen die Würfelpunkte. Die Biologin schließlich findet die Würfel in diesem Zustand. Sie findet auch den Schatz und möchte die Welt vor ihm schützen. Sie füllt eigene Zeichen ein und malt Zeichen auf die Stecketiketten. Es gibt aber Zeichen, die nicht auf den Stecketiketten auftauchen und auch nicht in den Spielregeln erwähnt sind. Es ist gar nicht okay. Ich meine, was sollen wir jetzt tun, um zu Geld zu kommen, na? Ich verspreche es. Los, komm, lass uns hier abhangen. Was steht da drin? Du kannst nichts dafür. Ich weiß. Nein. Du kannst nichts dafür. Ich weiß. Ja, dann... Danke für alles und viel Spaß. Ja, dir auch. Ja, danke. Komm doch noch kurz mit in die Bar. Bis zum nächsten Mal.